Ich begrüße Sie recht herzlich im Selbstlernzentrum unserer Schule. Mein Name ist Yvonne Reh und ich leite diese Mediothek zusammen mit Christian Kopp aus dem Lehrerkollegium. Wir haben täglich von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr für Sie geöffnet, sodass Sie auch vor oder nach dem Unterricht hier gerne Zeit verbringen können. Kommen Sie doch mit zu einem kurzen Rundgang durch unsere Mediothek. Wir gehören dem Immensverbund des Lahn-Dill-Kreises an und haben ca. 5000 Medien, die sich aus den aktuellsten Büchern, Hörbüchern, Spielen, Fachliteratur, Comics und Zeitschriften zusammensetzen. Die gemütliche Atmosphäre hier trägt dazu bei, dass sich viele Schüler in Lerngruppen zusammenfinden und wie hier zum Beispiel sich auf das Abitur vorbereiten. Hier wird allerdings nicht nur gelernt, sondern dies ist auch ein Ort, wo man in Ruhe gute Gespräche führen kann. Auch stehen Ihnen acht PC-Arbeitsplätze zur Verfügung. Könnten Sie mir mal ganz kurz helfen? Ja. Das ist das. Wo ich Ihnen selbstverständlich mit Rat und Tat gerne zur Seite stehe. Also, ich freue mich, Sie hier bald begrüßen zu dürfen. Hallo. Ich würde gerne jetzt das Buch hier aufgeben. Ja, kein Problem. Bitteschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.